Schiff Ahoy auf dem Stubentisch oder sei es draussen auf dem Balkon oder der Terrasse. Dazu nehme ich einen Rest der Kreativfolie, die ich mit der Autorfarbe hier ins Advocado einstreichen. Wenn es trocken ist, kann ich es nachher zu einem Sägel wegschneiden und mache mit dem Lochstanzer oben und unten ein Loch, damit ich nachher den Zahnstocher durchstossen kann. Hier ist das Sägel zu gross rausgekommen, ist aber kein Problem, ich kann es noch ein bisschen einkürzen, damit ich es nachher so habe wie ein Wikinger-Schiff. Wir können es natürlich in einer anderen Form machen, in der dreieckigen Form, so wie man es könnte, wenn man selber so Zeichnungen macht von Schiffen. Diese Variante habe ich auch noch gemacht und ihr am Schluss dann seht. Jetzt nehme ich hier die Tünkler Autofarbe, den Avocado, die ich hier auf das Saubeigrün stehe, damit das Seepferdchen draufstempfele. Das Tupfschwemmchen gut auswaschen unter dem lauwarmen Wasser und das Eissystem kann man auf der Seite eines Papiers abstempfele, wie es sauber ist. Für das Schiffchen selber nehme ich hier etwa drei gleich grosse Korken, die ich mit dem Ruppelkohl zusammenleime und dann mit der Naturpaste noch ein bisschen umwickele, damit es einen rustikalen Effekt hat, wirklich so wie ein Bootchen. Jetzt nehme ich den Zahnstocher wieder vorne und das Sägel aufspanne, damit ich es nachher auf den Korkzapfen draufstecke kann. Die Seepferdchen sind jetzt hier trocken und am Schluss nehme ich obendrauf noch ein Holzkugel, dass es einen schönen Abschluss hat. Man könnte natürlich auch irgendein Mäschalchen machen oder ein Fähnchen, wenn es noch Platz hat von der ersten Folie. So schnell hat man eine Dekoration für den Sommer oder sei es für eine Schiffsparty parat.